und herzlich willkommen auf meinem kanal ich hatte ja heute schon mal ein video hochgeladen und habe ja gesagt wir werden ich werde heute noch ein video drehen und werde euch zeigen was in meinem gewinnpaket drin sein wird für den gewinner ja der 200 abonnenten ja ich habe etwas zusammengetragen es sind hauptsächlich sachen wohl für papierbastler würde ich jetzt mal behaupten aber wie gesagt wir werden jetzt gemeinsam anschauen und dann werde ich euch sagen was ihr machen müsst ja also ich zeige euch erst einmal um was es geht ich habe hier diese sticker von dem hobby fun mit diesen fröschen fröschkönigen die habe ich zweimal das ist also jeweils unterschiedlich kann also das dann hat wohl jeder kennt wohl jeder diese teile die hätte ich einmal in blau und einmal in lila und einmal in rosa zu vergeben oder zu verlosen die werden in dem paket sein dann habe ich diese selbstklebenden herzen die sind vom td einmal in rosa und einmal in silber dann habe ich ich muss den platz machen dann habe ich hier von der mit liebe gemacht ich weiß nicht ich glaube ich habe die damals beim dieter im paket gehabt oder sie keine ahnung also auf alle fälle diese das sind selbstklebende röschchen aus kunst acryl oder sowas dann habe ich diese roten herzen die sind selbstklebend immer am strang dann habe ich diese straßdeko steiner dann habe ich von hobby fun diese nieten dann habe ich von kick ist das glaube ich oder von wo wort wo wurs wo was die lila irgendwie sind da schon welche raus die gebe ich nicht mit weiter sind die raus rosa rot schwarz rot und blau also die vier weil in dem anderen fehlen irgendwie schon zwei weiß ich jetzt nicht ob meine enkeltochter die man benutzt hat zum verbasteln das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Die gebe ich natürlich dann nicht her. Dann habe ich einmal diese 3D-Form-Pack. Das sind ja in drei verschiedenen Stärken. Dann habe ich hier, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, so Stoff, alles mögliche Schmetterlinge, Schleifen, Herzen, Blumen. Ja, diese Streudeko nennt sich das von Teddy. Dann habe ich diese Schmetterlinge vom Action. Einmal diese grüne Variante und einmal diese orange Variante. Dann habe ich hier ein paar Spiegeltropfen. Da kann ich nichts damit anfangen. Dann hätte ich abzugeben, diese habe ich gedacht, die tue ich mit rein, weil ich habe die schon länger und habe damit noch nichts gemacht. Und ich habe auch so viele von dem Zeug, die kann ich gar nicht alle verbasteln. Da habe ich also vier verschiedene Varianten. Nein, fünf sogar. Nein, vier, weil eine ist doppelt. Vier. Eine ist doppelt, das ist die. So. Und zu guter Letzt hätte ich dann noch diesen Block in A5. Dieser Glitzerblock. Und einmal diesen hauptsächlich mit Federn, Traumpfängern. Ja, ihr seht das, Vögeln. Ich kann ja gerne noch mal schnell durchblättern. Peilen, Vögeln, Federn, Traumpfängern. Ja, also diesen 30 mal 15. Und können wir auch noch mal den kurz durchblättern. Der ist sehr blumenlastig. So, das wäre jetzt mein Paket für die Gewinnauslosung für 200 Abonnenten. 2000, mein Gott, nein, wir sind bei 200. Was ihr machen solltet, ihr müsstet eigentlich einfach nur einen Kommentar schreiben, dass ihr gerne in den Lowstop wollt. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Ihr solltet eine Wohnanschrift in Deutschland haben oder ein Postfach in Deutschland. Ihr solltet, ähm, ja, habe ich jetzt eigentlich alles gesagt? Ja, einen Kommentar schreiben. Und ich würde sagen, wir haben Zeit bis zum, eine Woche machen wir, bis zum 12.05. Das ist der Muttertag. Ähm, ähm, um 12 Uhr mittags, würde ich sagen. Wer bis dahin unter dem Video kommentiert hat, kommt in den Lostopf rein. Wir werden es wieder am PC auslosen, so wie ich es mal bei der M100 gemacht habe. Und, ähm, ja, und dann freue ich mich auf eure Kommentare. Schaut, dass ihr sichtbar seid bei mir, weil nur der, der sichtbar ist, kann auch mitmachen. Ihr müsst also mindestens Abonnent von den 200 sein. Ähm, ihr müsst sichtbar sein und, ja, dann wünsche ich euch viel Glück und wir sehen uns dann spätestens am 12. Tschüss!